Hat ein einzelner Mann vor über 70 Jahren das Geheimnis des Pyramidenbaus entschlüsselt und ist da auf irgendwelche antiken Technologien gestoßen, die ihm das hier ermöglicht haben, sein eigenes kleines Schloss zu bauen aus solchen riesen Monolithen, die wir hier sehen? Wie war ihm das möglich gewesen? Hat er da wie gesagt irgendeine alte uns unbekannte Technologie entschlüsselt oder ist das Ganze halt einfach durch Mechanik zu erklären? Christopher Dunn, den ich in einer anderen Pyramidenreihe oder in einer anderen Reihe halt von Videos aufgegriffen hatte, der ja diese Idee hat, dass die Giese-Pyramide als Kraftwerk gedient haben könnte, der hat über diesen Mann hier geschrieben und sah darin halt in diesen Bauten von Edward Leeds Kellnan, beheimatet in Florida, damals 1923 bis 1951 hat er das gebaut. Und Christopher Dunn sah darin halt jemanden, der wahrscheinlich dieses Rätsel des Baus entschlüsselt hat. Ist dem so oder hat Christopher Dunn da vielleicht einfach mal ins Klo gegriffen? Also auch wenn ich die Ausführung von ihm sehr schätze. Das wollen wir hier in dem Video einfach mal untersuchen uns heute, die Sachen genauer ansehen. Und ja, und damit bist du hier herzlich willkommen auf dem Kanal Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz und der Kanal hier ist dazu da, dir und mir zu helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen im Bereich Glauben, Wissenschaft, Weltanschauung, Geschichte. Dazu hinterfragen wir hier möglichst unzensiert diese verschiedenen Bereiche. Und wir haben uns in vielen Videos mit Pyramiden auseinandergesetzt und mit Forschern, die eben sagen, Moment mal, vielleicht stammen diese Bauwerke aus einer Kultur vor der uns bekannten Kultur des alten Ägyptens. Dass da ein Kataklysmus eine frühere Kultur ausgelöscht hat und sagen, wie Atlantis eigentlich davon erzählen. Und naja, und da gibt es eben zum Beispiel den Christopher Dunn und der hat diese Sache hier aufgegriffen, eben mit diesem sogenannten Coral Castle. So heißt das, das ist in Florida und hier direkt neben einer Straße gebaut, also heutzutage ist da eine Straße und das ist dieses Areal, wo diese großen Bauwerke drin zu finden sind, die halt hier zu sehen sind. Also auf Google Maps kannst du dir da im Grunde genommen ganz viele Bilder einfach anschauen, was da gebaut wurde, ein Museum ist da zu finden und so weiter. Also schon beeindruckende Sachen, die hier zu finden sind, riesen Klötze, die aufeinander gesetzt wurden, wie man das sieht. Hier eben so einzelne Monolithen, die von einem Mann da platziert wurden. Wie war ihm das möglich? Die Webseite selbst zu diesem Museum, Freilichtmuseum, was man jetzt besuchen kann, also coralcastle.com, kannst du gerne mal vorbeischauen oder falls du in Florida bist, guckst du dir auf jeden Fall an. Die Webseite schreibt folgendes, wir fragen uns, was ein Mann dazu veranlasst hat, 28 Jahre lang ein Coral Castle aus dem Boden zu stampfen und dabei nichts weiter als selbstgebaute Werkzeuge zu verwenden. Eine Hommage an die unerwiderte Liebe, es geht aus Briefen von ihm hervor, vielleicht zur Veranschaulichung alter Wissenschaften, die der Schwerkraft trotzten. Oder vielleicht einfach nur schlichte, unbändige menschliche Entschlossenheit. Das Coral Castle ist für diejenigen, die es erforschen, ein ewiges Rätsel. Ja, ist das jetzt so ein Rätsel oder ist das eben kein Rätsel, wie er das gebaut hat, dieser Edward Leeds Kellner? Christopher Dunn greift das in seinem Buch The Giza Power Plant in einem ganzen Kapitel auf. Und da möchte ich nochmal ein, zwei Sachen draus zitieren, was Dunn halt dazu schreibt. Und der ist ja eigentlich schon Ingenieur, kann also viele Dinge eigentlich auch gut beurteilen. Und wie gesagt, ich schätze die Ausführung von ihm sehr aus seinen beiden Büchern oder Vorträgen auch. Aber kann er da auch mal falsch gelegen haben? Was sagt er denn? Er sagt, für diesen Beweis, also früherer Technologie, müssen wir uns an den einzigen Mann in der Welt wenden, der die Behauptung, ich kenne das Geheimnis, wie die ägyptischen Pyramiden gebaut wurden, durch Beweise untermauert hat. Dieser Mann war Edward Leeds Kellner, ein exzentrischer Lette, der in die Vereinigten Staaten eingewandert und inzwischen verstorben ist. Aber er hinterließ viele verblüffende Hinweise, die uns davon überzeugen, dass er die Geheimnisse tatsächlich gekannt haben könnte. Unabhängig davon, ob Leeds Kellner mit seinen Behauptungen recht hatte oder nicht, gelang es ihm, aus seiner einfachen Prämisse heraus ein Mittel zu entwickeln, mit dem er im Alleingang große Gewichte anheben und manövrieren konnte, was mit herkömmlichen Methoden unmöglich gewesen wäre. Das sagt Dunn jetzt hier in seinem Buch. Es gibt Spekulationen, dass er den Elektromagnetismus nutzte, um die Anziehungskraft der Erde auszuschalten oder zu verringern. Diese Spekulationen werden von den einen befürwortet und von den anderen, die mit den beiden Beinen fest in der realen Welt stehen, belächelt. Dann führt er hier so ein paar Punkte an in seinem Buch, wo er sagt, das sind irgendwie so diese Merkwürdigkeiten, die man auf den Bildern findet, wo Edward Leeds Kellner abgebildet ist von damals, mit Fotografien. Er schreibt hier noch, Fotos von Leeds Kellner bei der Arbeit zeigen drei Stativ oder ein Dreibeinstativ aus Telefonmasten, an deren Spitze eine merkwürdige Kiste befestigt ist. Okay, also was hat es mit der Kiste auf sich? Eine weitere interessante Beobachtung, laut Dunn, ist, dass der Flaschenzug, der sich in seiner Werkstatt befindet, auf diesem Foto nirgends zu sehen ist. Stimmt das? Müssen wir mal gucken. In seiner Werkstatt befinden sich Kupferdrahtspulen, an denen Nägeln in der Wand hängen zwei Umwicklungen aus Kupferdraht. Also was hat es damit auf sich, mit diesen Kupferdrahtspulen, mit merkwürdigen Dingen, die in seiner Werkstatt zu finden sind? Also die Werkstatt haben wir ja hier. Und du siehst das vielleicht schon hier bei dem Bild. Und zwar auf, naja, das kann man jetzt nicht so gut sehen, aber hier ist so ein komisches, großes Zahnrad. Hier unten sind Metallspulen halt. Und was hatte es denn damit auf sich? Was ist das? Was hat er damit gemacht? Hat er damit irgendwie Antigravitation erzeugen können? Dann, als letzte Aussage von ihm, sagt hier noch, wenn ich versuchen würde, Leeds Kellner ins Kunststück zu wiederholen, würde ich davon ausgehen, dass er sein Schwungrad zur Erzeugung eines abstimmbaren Radiosignals mit einer einzigen Frequenz verwendet hat. Der Kasten oben auf dem Stativ würde den Radioempfänger enthalten. Und das Kabel, das aus dem Kasten kommt, wäre mit einem Lautsprecher verbunden, der den Schall aussendet, um das Korallengestein in seiner Resonanzfrequenz zum Schwingen zu bringen. Wenn die Atome in dem Gestein vibrieren, würde ich dann versuchen, ihre Magnetpole, die sich von Natur aus in einer Anziehungskraft zur Erde befinden, mit Hilfe eines elektromagnetischen Feldes umzukehren. Ja, klingt völlig abstrus für Leute, die jetzt irgendwo in der Elektrotechnik unterwegs sind. Merkwürdig, also ist ja bis jetzt nicht offen bekannt, dass durch Magnetismus irgendwie eine Art Schwerkraft jetzt erzeugt werden kann im Labor. Was geht es durch Ultraschall? Also durch Ultraschall kann man in einem Ultraschallfrequenzband, sag ich mal, was durch die Luft geht, da kann man halt so kleine Wasserkugeln schweben lassen und so. Also dass man Schall nutzt oder Ultraschall, um solche Experimente zu machen im Kleinen, okay. Aber dass jetzt hier irgendwie durch Elektromagnetismus da was passiert ist, hat dann da recht oder hat er sich vergriffen? Also fassen wir zusammen, was ist ungeklärt? Es ist ungeklärt, wie hat er die Steine bewegt, wie hat er die Steine gemeißelt, wie hat er die angehoben? Was ist mit der Kiste oben auf diesem Stativ? Kommen wir gleich zu. Was ist mit den Kupferdrahtspulen? Ist der Flaschenzug, der im Museum zu sehen ist? Das siehst du auch hier auf der Seite, wo wir gerade sind. Also hier ist ein Flaschenzug an der Seite auf diesem Foto. Ist der Flaschenzug auf dem Foto mit diesem Stativ, was er da nutzt, ist der da gar nicht drauf oder doch? Ja, dann gibt es noch merkwürdige Zahlen. Übrigens die eingeritzt sind in einem Bereich seines Bauwerks da, dieses kleinen Schlösschens. Und eine Drehtür aus einem tonnenschweren Steinblock hat Scanlan eben auch bauen können. Wie geht das alles? Wie hat er das hinbekommen? Ja, und da möchten wir uns mit dem ersten Punkt jetzt beschäftigen, wie er nämlich die Steine angehoben hat. Und da möchte ich dir ein, zwei Auszüge aus einem Video zeigen, was ich auch unten drunter verlinken werde, was hier auf YouTube eben im Englischen komplett auch zu sehen ist, zu finden ist. So, und hier siehst du einige Fotos. Das ist jetzt das Foto von diesem dreibeinigen Stativ. Das erste, was wir hier haben. So, und hier siehst du ihn gerade bei der Arbeit. Und wenn man jetzt schon mal guckt, okay, also, was macht er hier? Er zieht hier so einer dünnen Kette. Hier haben wir die drei Telefonmasken, die ein Stativ bilden. Da oben ist der merkwürdige Kasten drauf. Und hier sehen wir aber schon, hier ist ein Flaschenzug. Also hier ist Metallketten, die runtergehen. Flaschenzug. Also da hat dann schon mal kein Recht. Der Flaschenzug, der ist auf jeden Fall auf den Fotos hier zu sehen. Haben wir das schon mal geklärt. Und schauen wir weiter. Also es gibt nämlich sogar Videoaufnahmen von ihm, wo das hier zu sehen ist. Dass er da eben so einen Drei-Tonnen-Block oder sowas, das wahrscheinlich, wo er den anhebt. Und naja, das sind eben einfach die mechanischen Dinge, die man dazu nutzen kann. Was auch in anderen Bereichen halt genutzt wird. Nicht nur von ihm. Das ist eine alte Technologie. Nichts Besonderes eigentlich. Dass man mit einem Flaschenzug halt schwere Lasten anheben kann. Das ist das, was wir hier sehen. Und so sehen die heute aus Metall aus, die kleinen Dinger. Und er hatte halt eben diesen hier aus Holz. Genau. Das ist das, was wir da jetzt im Video hier halt sehr gut wahrnehmen können. Ja, das hier ist der Flaschenzug. Also so sehen die aus. Und gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier haben wir es heutzutage. Da haben wir auch jemanden, der zieht hier an dieser Kette. Und damit wird über eine Mechanik dann sozusagen die größere Kette bewegt. An der kleinen kann man ganz leicht ziehen, ganz viel Strecke. Und die große Kette wird dann ganz langsam über eine Mechanik weiter gedreht und kann eine sehr schwere Last anheben. Also das ist halt ein Flaschenzug. Ja. Die Besonderheit vielleicht bei ihm, wenn man da jetzt mal schaut. Und zwar gucken wir mal ganz kurz hier ein bisschen weiter. Genau. Also hier, der ist schon, ne, dieser Flaschenzug, den er hier hat. Also er zieht auch an der Kette, hat hier halt, ja, ein Flaschenzug, wo Profis sagen, wo er in dem Video hier erklärt, das wäre wahrscheinlich ein Flaschenzug, der kann halt so 15 Tonnen oder 10 bis 30 Tonnen heben. 10 bis 30 Tonnen ist natürlich ein Wahnsinnsgewicht, ne, wenn man an die Steine denkt. Und der größte Klotz, der halt in diesem Coral Castle zu finden ist, der wiegt so um die 30 Tonnen, dieser aufrechte Monolith, der da halt zu finden ist, also 30 Tonnen. Aber wir sehen hier halt bei Scalman auch, wenn wir mal gucken bei dem Bild. Hier sieht es danach aus, dass er tatsächlich, also so viele Ketten wie hier runterhängen, dass da zwei Flaschenzüge genutzt werden von ihm, also die miteinander gekoppelt sind. Und damit kann man dann natürlich auch die doppelte Last heben, ne, wenn es um schwere Steine geht. Also das ist im Grunde genommen, ja, was wir hier sehen. Vielleicht ein Punkt noch, die größten Steine, die wir hier so haben in Coral Castle, die mit dem größten Gewicht, die liegen auch alle hier auf dem Boden auf. Das heißt, die größten Steine mussten wahrscheinlich gar nicht massiv angehoben werden, sondern verschoben werden, also horizontal bewegt werden und nicht vertikal nach oben. Hier oben, die natürlich, die wurden draufgehoben. Wie das gehen kann, gucken wir uns nachher nochmal an. Aber hier eben bei diesen Riesenklötzen sieht man, wie er gearbeitet hat, eben mit Mechaniken. Und das Bild, also hier in seiner Werkstatt, die man ja auch besuchen kann, wenn man dann reingeht, da sieht man eben hier diesen Flaschenzug. Und dann kann man im Grunde genommen hier sogar lesen, ach, das ist eine Firma in Ohio, die diese Flaschenzüge herstellt. Ja, kein Ding. Haben wir also was rausgefunden, was leicht zu erklären ist. Übrigens ist das wirklich eine antike Technologie, ein Flaschenzug. Kurzes Zitat, bereits in der Antike war die Kraftminderung durch Anwendung der Hebelgesetze bekannt. Der Erfinder des Flaschenzugs ist nicht bekannt, aber die Erfindung des zusammengesetzten Flaschenzugs wird Archimedes zugeschrieben. Also auf einem assyrischen Relief um, ja gut, 1000 vor Christus, 970 vor Christus, da ist halt schon so eine Mechanik zu sehen, also jetzt 3000 Jahre her. Heißt aber nicht, dass das die erste gewesen sein muss, das kann noch älter sein. Dann im ersten Jahrhundert hat der griechische Mathematiker Heron von Alexandria hat Gewichte bis zu sieben Tonnen gehoben. Im sechsten Jahrhundert hatte man dann mithilfe von 700 Arbeitern und Flaschenzügen mehreren dann einen Block von 230 Tonnen heben können auf das Kuppeldach für das Mausoleum des Theoderich. Und dann haben wir hier das noch, wo haben wir es, dieses Bild. Da geht es um den Obelisken, der auf dem Petersplatz in Rom aufgestellt wurde. 16. September 1586. Und du siehst hier, wie viele Menschen da rum platziert sind, um diesen Obelisken, der hier noch liegt, um den irgendwie hier nach oben zu bekommen, dass der dann da stehen kann. Wie hat man das geschafft? Also der Obelisk hier wiegt 330 Tonnen. Ja, und da brauchte man 907 Arbeiter, 75 Pferde und, naja, 40 Mechaniken, 40 dieser Umlenkrollen, also dieser horizontalen Flaschenzüge, sagen wir es mal so, also zum Bewegen jetzt dieser Last, die hier war. Natürlich ein Riesenaufwand, 75 Pferde, 907 Arbeiter, das ist schon was. Also das hat man 1586 halt noch mit den Handwerksmitteln hinbekommen, ohne moderne Technologie jetzt. Okay, also soweit zu diesem ersten Punkt, den wir hatten. Kommen wir zum nächsten Sache. Und zwar, was ist denn mit der Kiste da auf dem Stativ? Die Kiste auf dem Stativ, die wir uns hier angesehen hatten. Gehen wir nochmal zurück. Wo hatten wir ihn? Hier, ne? Also hier oben ist so eine merkwürdige Kiste, hier oben drauf. Wo dann und andere dann eben die Überlegung hatten, hey, vielleicht ist das irgendein Gerät, was irgendwelchen Elektromagnetismus erzeugt oder irgendwelche uns unbekannten Kräfte halt da irgendwie nach unten kanalisiert. So, aber das ist eigentlich ganz leicht zu erklären, was das ist, diese Kiste. Die Kiste ist nämlich hier auf diesen Holzmasten drauf. Und im Grunde genommen macht diese Kiste das, was heutzutage auf andere Art und Weise, da haben wir gerade noch ein besseres Bild gehabt, hier, ne? Also hier ist diese Kiste. Die ist über diese drei Holzmasten sozusagen drüber gestülpt, sitzt da oben auf. So, und diese drei Holzmasten, naja, zum einen gibt das eine Sicherheit, wenn so eine Kiste da drauf ist, dass die nicht mehr verrutschen können, wenn so eine Metallkiste, schwere Metallkisten, das sichert. Das heißt, gibt Stabilität dieser Sache hier. Aber zum einen braucht man ja auch einen Aufhängungspunkt. Also irgendwo muss ja halt dieser Flaschenzug nach oben hin aufgehängt werden. So, und dafür braucht man natürlich eine Verankerung da oben. Und da eben eine schwere Metallkiste, die dafür vorgesehen ist, die zu nutzen, das ist auch eine Sache, die jetzt nicht nur bei ihm wohl gemacht wurde. Heutzutage sieht das anders aus. Bei heutigen modernen Flaschenzügen hat man aber eigentlich trotzdem, ist es ähnlich. Und zwar, Moment, wo haben wir es? Gehen wir mal weiter. Hier haben wir so eine Firma, die halt solche Stative, so drei Beiner, da herstellt. Und wenn wir uns das angucken, hier haben wir eben so ein massives Stativ, natürlich kleiner jetzt, als das, was er hatte. Ich weiß nicht genau die Größe jetzt hier. Aber auf jeden Fall, worum es geht, ist halt zum Lastenheben gedacht hier. Ich gehe da mal näher ran. Und du siehst, dass hier, wie gesagt, ein ganz kleiner Flaschenzug und so. Aber hier oben, das ist das, worum es geht. Hier ist eigentlich dann eine Metallplatte, wo dann diese Beine dran geschraubt werden. Diese Metallplatte verbindet also die drei Standfüße miteinander. So, und bei ihm war es halt keine Metallplatte. Die, die die drei Standfüße miteinander verbindet, sondern so eine Metallbox, die da oben drauf gelegt wurde. Und die dann halt, wie wir es hier auch sehen, also hier nach unten hin, den Aufhängungspunkt für das, den Flaschenzug für die Mechanik eben bietet. Muss ja irgendwo aufgehängt werden. Okay, also auch eine einfache Erklärung, die wir hier haben. Dafür brauchen wir jetzt keine ganz abgefahrene Technologie. Es ist trotzdem beeindruckend, dass das geht. Aber hier können wir halt ausklammern, dass da irgendwie was Merkwürdiges uns technisch Unbekanntes von ihm verwendet wurde. Gehen wir mal zu der Frage, wie er die Steine jetzt horizontal bewegt hat. Wie geht das denn? Und gibt es da halt für eine Erklärung? Gibt es da einen Nachweis, was er gemacht hat? Naja, und da schauen wir nochmal, weil glücklicherweise ist irgendwann Videomaterial aufgetaucht. So, und hier siehst du das. Hier zieht er einen Stein vorwärts. Eben auch mit einer Mechanik, wie du hier siehst, wo im Grunde genommen eine Kette immer weiter bewegt wird und dann diesen Klotz vorwärts gezogen hat. Ja, also auch hier siehst du es, zack, liegt auf Holzbalken, da das ganze Gelände, wo er das gerade macht. Ja, und damit ist auch dieses Rätsel gelöst, wie er das hinbekommen hat, diese schweren Lasten halt nach vorne zu bewegen. Gut, er hat die leichte Erklärung, also nichts Mysteriöses, sondern Mechanik und eben auch ein bisschen Körperkraft, die er hier nutzt. Nächster Punkt, wie meißelte er denn die Steine? Und da muss man wissen, dass diese Steine, und das sehen wir auch auf diesen ganzen Aufnahmen, dass die Steine hier, die wir haben, die wirken ja alle sehr porös. Also und deswegen heißt es auch Coral Castle, weil dieser Art Kalkstein, der hier eben von ihm verwendet wurde, der ist ursprünglich von Korallen erzeugt, oder aus Korallen entsteht dann halt dieser Art Kalkstein. Und du siehst, der ist wie so ein Schwamm, der ist also sehr bröselig und von daher auch leichter abzubauen. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, wo hat er den denn abgebaut? Hier hat er den abgebaut, hier sieht man das auch, ne? Also hier steht es dann dran, Add Stone Quarry. Hier ist eine Mauer zur linken Seite aus eben diesem Kalkstein. Hier hat man so ein Bett, wo er überall auch hier so, naja, so eckige Spuren siehst, ne? Wo dann die einzelnen Klötze abgetragen wurden von ihm. Ist natürlich ein Haufen Arbeit, ne? Das abzutragen und dann nachher glatt zu schneiden. Musste er die weit bewegen? Da gehen wir nochmal kurz hier in die Luftaufnahmen vom Coral Castle. So, Coral Castle, das ist jetzt hier eben dieses Areal, wo wir uns die ganzen Bauten angesehen haben. Und wo ist der Steinbruch? Ganz einfach, der ist hier. Also der ist direkt daneben. Das heißt, Leeds Callen konnte da die Steine abbauen und mussten die im Grunde genommen die meisten Steine horizontal bewegen. Wie gesagt, das war natürlich trotzdem ein Wahnsinnsaufwand, weil eingangs gesagt, er hat 28 Jahre daran gearbeitet, Tag und Nacht. Das war einfach sein Projekt, wo er über 28 Jahre halt dann einfach seine ganze Manpower da reingesetzt hat und, wie wir es gesehen haben, die Mechaniken hatte, diese Klötze zu bewegen und wirklich dieses beeindruckende Bauwerk da eben zu errichten. Okay, also wie meißelte er die Steine? Auch das haben wir uns jetzt angesehen. Was hat es mit diesem merkwürdigen Gerät auf sich, was da in der Werkstatt war? Gucken wir da nochmal kurz rein. Also, komisches Gerät. Wo haben wir das? Einen Moment. Also das mit den Spulen und so. Das sieht man auf diesem Foto hier. Also das, was er hier hat, wo er die Hand dran hält, hier an diesem Hebel und hier ist dieses komische Unterteil. Das ist ein AC-Generator oder anders gesagt ein großer Fahrrad-Dynamo. Also ein bisschen anders gebaut, aber im Grunde genommen ist das einfach ein Dynamo wie beim Fahrrad. Wenn der sich dreht durch den Reifen, dann erzeugt der Strom und bringt eine Glühbirne zum Laufen. Bei ihm hier, das war auch ein großer Generator für Gleichstrom. Den konnte er drehen. Das macht er da halt gerade in dem Bild. Das hat er wohl bei Führungen auch gemacht damals, um den Leuten fortzuführen, dass er mit diesem Generator zwei Glühbirnen zum Laufen bringen konnte. Ja, auch nicht so verwunderlich, dass das geht. Also ist jetzt keine moderne Technik. Ist einfach ein Generator, den er hier genutzt hat. Und dazu muss man sagen, er selbst hatte ein Interesse, sich mit der Thematik Magnetismus und Elektrizität auch zu beschäftigen. Er hat ein Buch rausgebracht, 1945. Magnetic Current. Hier von Dietz Kellner. Das kann man sich auch runterladen, das Buch. Da kannst du auch reinschauen. Und im Grunde genommen, ich würde jetzt mal sagen, das, was er hier beschreibt, sind zum großen Teil einfach auch Basics des Magnetismus plus ein paar zusätzliche Ideen, die er irgendwie am Schluss äußert. Aber da ist nichts drin zu finden in diesem ganzen Werk, wo man jetzt sagen würde, oh ja, da behauptet er durch diese besondere magnetische Kraft jetzt irgendwie Gravitation aufheben zu können oder so. Also das kommt jetzt hier in der Art nicht vor, sondern eher so Elektromagnetismus und Basics der ganzen Geschichte. Genau. Also er spricht hier schon bei einer Sache davon, ja, ob es möglich wäre, ein Perpetuum mobile zu erzeugen. Also ein Motor, der sich immer weiter dreht, was ganz viele schon versucht haben mit Magneten, aber was leider nicht funktioniert bis jetzt. Vielleicht findet man es irgendwann ja mal raus, ob es da doch noch eine Möglichkeit gibt, Magnetismus sinnvoller zu nutzen, weil, ja, ist schon eine abgefahrene Sache, ne, dass so ein Magneter immer so ein kleines Kraftfeld hat und schon verrückt, dass man das noch nicht anzapfen kann. Klaus Tutur wird jetzt sagen, ja gut, kann man schon, muss man nur halt sehr aufwendige Maschinen bauen, auch interessant, falls sich das interessiert, ne, Klaus Tutur, glaube ich, gibt es Interviews mit einem Physiker, der hat ein Konzept, wie das vielleicht doch gehen könnte, aber weit entfernt, ganz andere Größenordnungen, ganz andere Kategorie als das, was hier bei Scalnin in Coral Castle zu finden ist. Ja, also damit auch hier dieser Punkt abgehakt, ne. Kommen wir zur Sache mit der Steintür, weil es wirklich beeindruckend ist, dass er halt eine Steintür gebaut hat, wie du es hier siehst, ne, so ein großer Steinklotz, wahnsinnig schwerer, und das konnte man per Hand einfach locker drehen. Ne, hier, kleiner Junge, dreht diese Tür, Wahnsinn, wie hat der das gebaut? Ne, das ist wirklich, ja, faszinierend. Ist das nicht irgendwie dann doch ein Beweis dafür, dass er irgendwas da drunter installiert hat, was halt die, ja, von einer anderen Technologie zeugt? Nein, ist es leider nicht. Und da kommen wir nämlich zu einem Mann, der, das ist jetzt kein Scherz, der heißt wirklich Wally Wellington. Die Eltern haben sich da einen Spaß gemacht, irgendwie Wally Wellington. Und dieser Wally Wellington ist, naja, sein Hobby ist es, schwere Steine zu bewegen. Wie man es hier sieht, in einem Video, verlinke ich natürlich auch wieder. Ne, also hier bewegt er da eben Klötze durch, einfache mechanische Prinzipien auch, ne. Das ist jetzt hier ein großer gegossener Betonblock, den er da bewegt. Das ist schon beeindruckend, ne. Der Kleine, der rollt von selbst hier mit den richtigen Techniken fast. So, aber, ja, jetzt kommen wir zu den größeren Blöcken, die er hier mal eben dreht. Okay, auch interessant. Und, so, jetzt wird es spannend. Also, dieser große gegossene Betonblock, den er da hat, ne, den dreht er jetzt selbst mit einer Hand oder mit seinem Körpergewicht. Wie kann er das machen, wenn man von diesem großen Betonblock den Schwerpunkt gefunden hat? Also, da, wo man etwas drauf balancieren kann. Wenn du einen Gegenstand hast und du möchtest den balancieren, dann ist das da, wo der Schwerpunkt ist, wo, ne, der nicht mehr in irgendeine Richtung kippt, sondern wo man den Gegenstand mit einem Finger hochheben kann. Wenn man bei so einem Betonblock den Schwerpunkt findet und darunter etwas positioniert, dass der da eben angehoben oder irgendwo aufliegt, dann kann man den mit Leichtigkeit, in Anführungszeichen, drehen, wie das hier zu sehen ist. Ja, und da ist eben seine Überlegung, dass man halt mit diesen Techniken auch zum Beispiel Stonehenge gebaut hat. Das zeigt er auch, wie man halt Blöcke aufrichten kann. Wenn man mal hier einen Sprung macht. Moment. Also, gehen wir nochmal in die Minute 3,42. So, hier zeigt er, dass wir so einen Block immer höher bekommen. So, dann rennt er da hin und her, benutzt den Block als Wippe und schiebt immer, wenn der Block zur einen Seite gekippt ist, da, wo so ein Spalt entstanden ist, was drunter, ne? Zack. Dann setzt er zur anderen Seite und kippt, schiebt wieder ein Brett rein in die Lücke, die entstanden ist. Und so kriegt er halt diesen großen Klotz immer höher und höher. Naja, und dann am nächsten Tag zeigt er sogar, wie er halt diesen Block dann aufrichten kann. Und das halt alles durch Manpower von einer Person, ne? Also, das ist schon wahnsinnig beeindruckend, was er hier macht. Also, hier einfach auch, ne? Durch das, was er da gebaut hat. Und jetzt nicht durch Maschinen, sondern durch mechanische Hebelwirkung, physikalische Gesetze und so weiter. Kriegt er das hier hin, spült den Sand da weg, dann kippt der Block nachher da rein und so weiter. Tolles Video. Hatte mir letztens auch nochmal jemand den Link geschickt. Hatte ich früher schon mal gesehen. Aber immer Dankeschön, wenn mir jemand, also für alle, die mir solche Hinweise schicken, da ist dann doch auch oft genug irgendwie noch was Neues dabei. Deshalb hier eben, ja, der Beleg dafür, dass auch die steinerne Drehtür von Leeds Kellnern, dass diese Drehtür eben auch, naja, wenn man den Schwerpunkt gefunden hat, auch errichtet werden kann. Ja. Es gibt noch ein anderes Video übrigens. Dieses hier, da wird eine andere Technik vorgestellt, wie man einen großen, schweren Block bewegen könnte. Hier siehst du das. Also wird halt von ganz vielen Leuten mit Stämmen angehoben, dieser große Block, und dann ganz langsam nach vorne geschoben, ne? Schritt für Schritt. Wenn man das ausrechnet, dann könnte man einen 20-Tonnen-Block, das, was sie da haben, mit 32 Personen in drei Monaten 20 Meilen bewegen. Also, das ist nicht schnell, ne? Das ist klar. Das ist keine hocheffiziente Technik. Aber man könnte es halt machen. Ja, die Frage ist, ob es jetzt so gemacht wurde in der Vergangenheit. Gut, ne? Das lassen wir offen. Und da kommen wir gleich nochmal als Resümee dazu, zu ein, zwei Punkten, die vielleicht doch noch Rätsel bleiben, die jetzt nicht in der Moderne durch Leeds Kellnern oder diese Personen hier eine Erklärung komplett liefern für unsere antiken Bauwerke. Aber kommen wir gleich zu. Weil die letzte Sache, die noch merkwürdig ist, wo manch einer sagt, ja, ist das vielleicht irgendwie noch ein Hinweis von Kellnern, weil er hat an einer Stelle in, Moment, wo haben wir es, in seinem Schloss, was er da gebaut hat, da hat er so eine Inschrift hinterlassen, hier auf einem der Blöcke. Das war 7129 und dann hier noch eine andere Zahl. Ist das vielleicht der Hinweis, um doch irgendwie eine andere Technologie zu entschlüsseln? Nein, ist es nicht. Also diese Zahlen, die wir hier haben, sind kein geheimer Code, sondern, wo haben wir es, da haben wir es, seine Ausweisnummer, also von seiner Einwanderung, weil er Einwanderer war. Und das war damals wohl gar nicht so unüblich, dass Personen, die eben eingewandert sind, auch dann, ja, diese Nummer, die halt da vergeben wurde von der Behörde, dass das was war, was man vielleicht auch schon mal sich irgendwo hingeschrieben hat, eingeritzt hat oder sonst was. Weil genau diese Nummern, da hat man auch das Dokument von ihm, die tauchen hier halt auf. Also hier, diese Nummer 7129, die er eingeritzt hat, die ist hier oben auf dem Dokument. Die andere Nummer setzt sich hier unten aus den Daten zusammen. Also auch damit ist das Rätsel gelöst, das Rätsel der Inschrift von irgendwelchen Zahlen, die er da hat. Ja, Resümee des Ganzen, was wir jetzt uns also angesehen haben zum Coral Castle, Edward Leeds Kellen, ich würde sagen, trotzdem ist der Mann ein Genie gewesen, weil er einfach, ja, mit seinen einfachen Mitteln, die er da hatte, mit Technik, mit Mechanik, mit harter Arbeit, dieses Coral Castle, dieses Bauwerk da halt diese, ja doch schon beeindruckende Dinge hingesetzt hat, die wir hier haben, diesen ganzen Park, der wirklich bestimmt auch schön anzusehen ist. Also wirklich ganz, ganz beeindruckend. Aber hat er eine unbekannte Technologie verwendet? Ich würde sagen, nein. Also das hat er nicht, sondern die Technologie, die wir hier sehen, das sind Dinge, die es schon seit Jahrtausenden gibt. Mechanik, Hebelwirkung, Bewegung schwerer Lasten und wo man sogar sieht, dass man unglaublich schwere Lasten tatsächlich mechanisch bewegen kann. Bedeutet das jetzt, das, was wir hier gesehen haben, dass die Überlegung, dass einige Bauwerke, zum Beispiel in Ägypten oder anderswo, Peru, dass die von einer früheren Hochkultur wären, die vielleicht andere technische Möglichkeiten hatten, bedeutet das hier, was wir gesehen haben, dass diese Behauptung falsch ist? Also da muss man sich jetzt die Frage stellen, naja, gibt es Belege dafür? Dass da eine Technologie verwendet wurde, die man jetzt hier doch nicht findet. Wir haben uns in anderen Videos angeguckt, die Spur von Sägen, die wir da halt hatten im Granit. Dann haben wir zum Beispiel den unvollendeten Obelisken. Also wenn ich da mal hingehe und zwar der unvollendete Obelisk am Asuan-Staudamm, das Ding, was man da halt rausholen wollte eigentlich aus dem Gestein. Also hier siehst du den, auf der linken Seite, das Teil. Der hätte 1400 Tonnen gewogen. Also 1400 Tonnen. Wir hatten gerade bei diesem Bewegen des Blocks, also wo halt das angehoben wurde und weiter bewegt, das Ding hat 20 Tonnen bewogen, wo man halt 32 Personen bräuchte, um das ganze Ding in drei Monaten 20 Meilen zu bewegen. Die Frage ist, würde das technisch noch machbar sein bei einem Block, der so viel wiegt? 1400 Tonnen. In Balbeck gibt es auch noch diese riesigen Blöcke. Also da habe ich persönlich jetzt meine Zweifel, ob da nicht irgendwo die Obergrenze erreicht ist, weil erinnere dich nochmal hier an das, an diesen Block, den wir hier hatten. Also das war ein Block, der hat 330 Tonnen gewogen, also ein Viertel von dem, was jetzt der unvollendete Obelisk gewogen hätte oder auch die Steine in Balbeck. 330 Tonnen, man hat damals 907 Arbeiter und 75 Pferde gebraucht. Ist da drüber irgendwann dann doch die Grenze erreicht, wo man, und der sollte nur aufgerichtet werden jetzt hier, also wo ist die Grenze erreicht, dass man vielleicht doch davon ausgehen könnte, dass eine modernere oder eine andere Technik verwendet wurde, als einfach nur Manpower und Flaschenzüge, könnte das sein, dass eben hier dann doch damals eine andere Technologie mit am Werk war, neben mechanischen Sachen, die genutzt wurden. Und da vielleicht als für mich einen Beleg, jetzt hier gerade an dem Obelisken, und zwar hatte ich, das war 2015 war ich da gewesen und hatte hier ja am Anfang diesen Stein gezeigt. Die Theorie war, dass mit viel Körperkraft und diesen Dioritkugeln sozusagen der unvollendete Obelisk oder auch die anderen Steine aus dem Gestein nach und nach herausgeschlagen wurden. Was du hier siehst, hier sind überall so Rillen drin im Gestein, also als hätte man das da immer runtergehauen und dadurch wären diese Rillen entstanden. Das ist für mich schon abwegig, dass wenn man so einen Stein nimmt und da immer per Hand irgendwo etwas rausstauben möchte, und das hier ist Granit, das wird heute mit Diamantbändern geschnitten und Maschinen, wahnsinnig hart, das Material, würde das bei Handarbeit immer diese gleichmäßigen Rillen hier geben? Also das ist so eine Frage, die sich hier stellt. Gucken wir uns das nochmal kurz an. Also hier überall eben dieser Abstand von den Rillen, das da rausgetragen wurde, diese ganze Schneise, also wie hätten die da ausholen und arbeiten wollen in dieser Kuhle, hätte das funktioniert. Da liegt zwar so ein Stein, aber wäre das möglich gewesen? Ich sage nein, weil, und da kommen wir jetzt dazu, an einer Stelle, wo nämlich das gleiche Muster zu sehen ist, man das aber nicht per Hand mehr hätte machen können. Hier übrigens siehst du das auch nochmal schön, dass hier überall im gleichen Abstand überall diese Rillen entstanden sind. Also haben da wirklich die Arbeiter angefangen und alle irgendwie erstmal hier oben noch schön die Rillen rausgehauen und alle wirklich genau so nebeneinander, dass es immer so eine Form gab. Macht das Sinn, dass das per Handarbeit so passiert ist? Und wie gesagt, jetzt kommen wir zu einer Stelle, wo das nicht möglich ist. Nach meiner Ansicht. Und ich bin da jetzt kein Fachmann, aber das hätte ich gerne mal erklärt von einem Ägyptologen. So und zwar, einmal weiter hier. Hier fängt es jetzt an. Also hier siehst du das gleiche Muster. Hier im Boden. Das wird hier immer tiefer, als ob da irgendwas sich reingegraben hat. Aber das ist Granit. Das ist verdammt hart, das Material. Entweder man müsste es aufweichen, um wie mit so einer Kelle da was abzugreifen. Oder man müsste irgendeine andere Technologie haben. Schmelzen, denken manche. Ja gut, wenn man das geschmolzen hätte, müssten aber irgendwo Tropfen zu sehen sein vom Gestein. Mit großen Glaslinsen oder so Sonnenlichtbündeln, um Granit zu schmelzen. Theoretisch machbar, aber man sieht kein geschmolzenes Gestein. Da sind keine Flussspuren. Tropfen, die dann wieder fest geworden sind. Passt also nicht. Und hier siehst du jetzt, diese Einkerbungen gehen eben immer weiter, bis sie hier unter den Felsen gehen. Und da muss man reinkrabbeln. Da muss man sich hinknien, um da reinzukommen. Und du siehst hier unten drunter setzt sich dieses Muster fort. Also jetzt soll hier also ein Arbeiter gekniet haben mit einer kleinen Dioritkugel. Und hier in die Seite reingehauen haben, dass solche Muster entstehen. Wie hätte er denn ausholen sollen, wenn er da kniet? Die Körperkraft da aufbringen. Und warum? Warum da drunter sein? Also das hier ist am Asuan-Staudamm für mich jetzt so ein Beleg dafür, dass da irgendwie doch noch Mysterien sind. Merkwürdigkeiten, die halt nicht durch Coral Castle erklärt werden können. Nicht durch die Mechaniken erklärt werden können, die der gute Leeds Kellenen hat. halt hier an den Tag gelegt hat. Auch wenn ihm dafür alle Achtung gebührt, was er da getan hat. Also ich würde behaupten, es bleiben noch viele Fragen offen, die wir noch nicht geklärt haben, wo also Forschungsarbeit besteht. Deswegen werde ich hier auch gerne weiter Dinge aufgreifen, die vielleicht diese Mysterien versuchen, von anderen Perspektiven mal zu betrachten und zu gucken, kann man da irgendwie was ableiten, was vielleicht da gemacht wurde oder wofür bestimmte Bauwerke eben da waren. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann lass gerne ein Abo da. Abonniere hier den Kanal, um die zukünftigen Videos auch mitzubekommen, wenn es darum gehen sollte. Klick die Glocke an, damit du nichts verpasst und du wirklich auch benachrichtigt wirst über das neue Video. Und wenn du den Kanal hier finanziell unterstützen möchtest, was mich sehr, sehr freuen würde, durch eine kleine Spende, kleinen Dauerauftrag, was du dir vielleicht, ja, wenn du einen kleinen Betrag geben möchtest, steht hier unten drunter auf jeden Fall im Videotext, in der Videobeschreibung, wie das geht, wo da die Bankverbindungen sind und so. Ein großes Dankeschön wirklich an dich. Ehrlich gemeint, wenn du das machst und schon dabei bist auch, dann fühle ich herzlich umarmt und danke von meiner Seite wirklich dafür. Genau, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, das war interessant für dich, auch mal diese Perspektive zu sehen, dass nicht alles, was erstmal mysteriös wirkt, auch wirklich unerklärbar ist, sondern dass man da halt auch wirklich kritisch hinterfragen sollte, das, wo eigentlich der Kanal hier dafür da ist, eben auch solche Perspektiven einzunehmen, wo man mal was Mysteriöses auch erklären und aufdecken kann. Jo, schreib gerne deine Ideen hier unten drunter, was dir noch durch den Kopf geht, was du vielleicht an Beispielen hast, wo du auch sagst, das kann man nicht erklären, wäre auf jeden Fall interessant und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Vielleicht kommt hier jetzt noch eine Einblendung von einem Video, was dir auch gefällt, klick gerne drauf. Ansonsten bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020